Jawoll, endlich sterbe ich. Sind die so auf mich? Sind die so auf mich? Sind die so auf... Nö. Okay. Nein, ihr seid nicht so auf mich. Wunderbar. Kann ich ja ganz gemütlich da nach hinten laufen. Ganz gemütlich, danke. Jetzt zieh ich mir aus, das ist so... Bist du so? Ah, der ist so! Warum bist du so? Warum bist du so? Alter. Alter, 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 Alter! Ja, geh weg, Alter, geh weg. Ja, Mann, leck mich doch! Da war noch ein einziger Zombie, war noch sauer auf mich, was soll'n die Scheiße? Ist da ein verfickter Zombie noch sauer? Warum steht der Ausgang? Alter... Ja, was soll die Scheiße? Oh, ey! Ohne Spaß! Ne, mit Spaß! Aua... Aua... Ach, jetzt seid ihr da unten noch sauer auf mich, Alter! Leck mich! Ganz herrschaft, leck mich! Ich baue mich da als Sinn! Ach doch, viel Spaß dabei! Das ist ein Keks dafür! Ah, jetzt werden beide dauerhaft mit Energie erfüllt! Und dann weg! Dummdi-dum, immer schön austricksen! Und dann weg! Ja, Mann! Ja, Mann! Wie macht man das nochmal? Nein, nein! Geh weg, geh weg, geh weg! Oh, du Scheiße! Hier, Scheiße, Scheiße, Scheiße! Was ist das denn? Mann! Alter, ohne Scheiße! Wie willst du da dann... Boah, Alter! Hast du das Inva mit Dust gemacht oder mit normalen Ingrid? Mit Dust? Es gibt ja... Wenn du es ja rein logisch denkst, ist ja viel mehr. Weil aus Ingrid kriegst du erst mal ja zwei Dusts. Ja... Das heißt okay... Ja... Ja... Warum? Wir haben doch noch voll viel! Ne? Wo? In der Küste, in der linken... In der... In der großen, in der vorn... Ah! Wenn ich mal kurz noch ein paar, dann könntest du dich rausnehmen, ich... ...gescheite Restoren und alles machen. Die Konzerenschaft leck mich fett! Kein Ausgang... ...rögerisieren... Los! Pst! Pst! Die... Pst! Die... Da muss man einfach anschreiben, die machen viel zu viel Schaden! Hehehehe... Das ist doch so! Hehehehe... Jungi, das ist ein Modpack! Da macht alles mehr Schaden! Ach, das ist extra Modpack! Anfangen harmlos ist. Pass auf, da stehen welche. WOLT! Das macht doch gar... Ohne Spaß, was ist das für ein scheiß Neto? Der Neto ist doch Bullshit! Ohne Spaß, du kannst in Zukunft allein in Nähte gehen, ich hab doch da keinen Bock drauf, Alter. Ohne Rüstung ziehen die dreieinhalb Herzen! Ah, das bringen wir uns hier, wenn wir uns einschaben bezogen. Ohne Rüstung! Achso, ohne. Ich weiß nicht, dass du deine Rüstung reinkommst. Ich hab doch gerade gesagt ohne Rüstung. Warte, rede, sonne. Dreieinhalb Herzen, Alter, das ist viel, viel, viel zu viel. Ja, komm her, wenn auf mich saub ist. Komm, komm, komm. Ja, gut, jetzt brenne ich aber noch. Ja! Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Komm her, du Schei! Warum schlägst du mich? Der hat mich niemals getroffen, wenn der zwei, wenn der sich fünf Meter von mir entfernt ist, Alter. Bist du sauer? Nein! Also, dann lass mich in Ruhe. Ist das in Ordnung? Gut. Ja, sicher! Ja, klar! Da stehen 20 Zombies! Leck mich fett! Ja, komm! Ja, komm! Ja, komm! Ja, komm! Ja, komm! Nein! Ich hasse dieses Spiel! Wie lange habe ich noch Hunger, Alter? Alter! Darf ich hier drauf sprechen? Nee, gell? Oh, mach ich kurz, Alter! Ah, Controls! Ah, das kommt mal in der 1.6 noch gar nicht! Was? Ah, diesen, diesen Sprint-Button! Ach, nee! Ah! Genau ausgerechnet! So! Alter, ohne Scheiß! Wie soll ich das machen mit da? 20 Zombies sind! Okay, warte, da ist es schwer! Da sind die Sachen! Was sind die Pfeile daneben? Was? Was?! Was?! Wie?! Was ist? Die haben mich geschlagen, obwohl die Public unter mir sind! Oh, passiert das? Alter! Nein, halt! Nee! Juni, bleib, bleib, bleib da oben! Nein! Was? Bleib da kurz hier! Ich, ich geh auch nicht mehr, das, 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 Spiel, ich geh mir so auf den Sack! Sag schön! Ja! Was? Ich geh, ne, ich geh ganz sicher nicht mit dem, ist auch jetzt da rein, Alter! Ne, never! Außer du kommst mit! Außer du kommst mit! Ja, warte! Ähm, boah, noch kurz Holz, 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 Holz ist da oben! Ich mach mir jetzt trotzdem noch ne Eisenrüstung! Ja, das fehlt ja noch und das fehlt ja noch! Yes! Ey, kannst du mir kurz drei Eisen zuschmeißen? Äh, ja! Ich hab zwei Boots gemacht! Hm! So, das kommt da rein! Das kommt da rein! Das kommt da rein! Das kommt da rein! Die Schlüssel legislatarsch! Die Jetpacks! Äh, Backpacks haben wir auch noch! Ähm, wir können... Wir können... Wir können gut... Ich weiß nicht, ob wir die haben! Die Backpacks! Ja, gleich noch die Backpacks! Wollen wir was zu essen! Achso, ob wir die... Ob wir die machen? Ja, ne, ne, ja! Machen tun wir die schon! Nein, wir haben die doch! WUH! Oh, was ist denn Kiste? Backpacks! Ach, Backpacks! Achso, ich hab ich... Ich hab Chatpacks die ganze Zeit! Oh, Gott! Also, komm mit! Ja! Gäb mir mal bitte zwei Essen! Dann im Dings im Nähte! Oho! 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 Dann ist ja viel dabei, aber ja! Warum? Wie viel hast du dabei? Sieben! Ja, zwei reicht! Fällig! Fällig! Oh Gott! Ich dachte, ich wollte schüttel aus der Welt! Ja! Danke! Also, los geht's! Halt! Hier ist immer falsch, wo ich hoch will! Nenn, die halt's im Maul! Ich hab jetzt keine Zeit! Mach mal dieses scheiß Feuer hier aus! Gut, ich hab ja jetzt... Du bist doch größer von mir zur Hälfte im Boden! Echt? Ja! Okay, jetzt pass auf! Hier unten liegen die Sachen! Haben wir gleich!